Ja, und wir schalten vor Ort sozusagen zum Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe. Dort ist Christel Haas. Das Ganze findet in Rammstein statt, in Rheinland-Pfalz, auf der größten US-Airbase außerhalb der Vereinigten Staaten, heißt deshalb eben auch Rammstein-Format. Frau Haas, vielleicht einmal kurz zur Einordnung. Wo verlaufen eigentlich die Trennlinien zwischen dieser Ukraine-Kontaktgruppe und der NATO? Na ja, es ist so, dass das Treffen zur Ukraine direkt nach Beginn des Krieges zunächst mal in Brüssel stattgefunden hat, am Hauptquartier der NATO. Und NATO-Generalsekret Stoltenberg hat auch des Öfteren daran teilgenommen. Dann wurde es nach Rammstein verlagert, weil man einfach die Gruppe auch geweitet hat. Es sind jetzt auch Mitglieder dabei, die nicht zur NATO gehören. Stoltenberg ist immer wieder da. Heute ist er nicht da, lässt sich vertreten. Man will dadurch ein bisschen eine Trennung machen, dass nicht der Eindruck entsteht, dass die NATO jetzt die Ukraine finanziert, sondern dass es eben mehr ist als das. Dass es eben auch ganz viele andere Unterstützer gibt, die bereit sind, die Ukraine mit Waffen zu versorgen, mit Geld, mit finanziellen Hilfen. Wir haben jetzt angesprochen, die USA haben eingeladen. 60 Milliarden Dollar für die Ukraine werden im Moment allerdings im US-Kongress blockiert. Wie spricht man vor Ort darüber und auch über die Möglichkeit, dass die USA als Unterstützer womöglich ganz ausfallen könnten, eventuell unter einem Präsidenten Trump? Na ja, der US-Verteidigungsminister Austin hat soeben das Eingangsstatement gemacht. Da hat er natürlich nicht erwähnt, dass die USA quasi als Waffendieferant oder als Hilfesteller ausfallen. Er hat aber erwähnt, dass die USA 300 Millionen Dollar bereitstellen können für Luftabwehr, für Artillerie. Das ist natürlich im Vergleich zu dem, was sie bisher geleistet haben, sehr, sehr wenig. Und deswegen sind natürlich die anderen Teilnehmer dieser Konferenz ein bisschen in die Pflicht genommen worden, auch von Austin. Er hat sich mehrfach bedankt bei Deutschland und bei vielen anderen Teilnehmern, vor allen Dingen europäischen Teilnehmern, dass sie eben ihre Bemühungen erhöht hätten. Und er wiederholt immer wieder, dass die USA weiterhin fest an der Seite der Ukraine stehen, weil die Verteidigung der Ukraine auch eine Verteidigung der europäischen und der internationalen Sicherheit sein. Und er sagte außerdem noch, dass Putin seiner Meinung nach nicht stoppen würde, selbst wenn er in der Ukraine den Krieg gewinnen würde. Er würde nicht stoppen und deswegen sei es ebenso wichtig, die Ukraine zu unterstützen. Also die USA nehmen auch die anderen Unterstützerländer in die Pflicht, wie Sie sagen. Dann wollen wir mal gucken, was denn zum Beispiel der deutsche Beitrag sein könnte. Es gab ja letzte Woche ein Treffen im sogenannten Weimarer Dreieckformat. Polen, Frankreich, Deutschland hatten angekündigt, dass Ihre Unterstützung heute nochmal konkretisiert werden soll. Was ist da geplant? Naja, es ist auf jeden Fall geplant und damit ist ein Bedenken der Franzosen ausgeräumt worden. Man will auf jeden Fall jetzt Waffen auch auf dem internationalen Markt kaufen. Bislang sollte man immer nur Waffen und Munition aus europäischer Produktion kaufen. Das ist natürlich schwierig, weil eben dort keine Munition, keine Waffen mehr zur Verfügung stehen. Es wird zwar die Waffen- und die Munitionsproduktion nach oben gefahren, aber das geht eben nicht so schnell. Und deswegen muss man schauen, wo man das Material anderweitig herbekommt. Des Weiteren hat vor allen Dingen Bundeskanzler Scholz von einer Koalition gesprochen für weitreichende Raketenartillerie. Und das solle hier in Ramstein noch einmal mit Leben gefüllt werden. Er sucht da offenbar nach Mitstreitern und man will das genau ausgestalten. Aber wie genau das Aussehen mag, das wissen wir bislang noch nicht. Und dann gibt es noch eine dritte Überlegung, die Ihnen im Raum steht. Das ist nämlich die eingefrorenen Vermögen, zumindest die Erträge der eingefrorenen russischen Vermögenswerte, dass man die nimmt, um die Ukraine zu finanzieren und um Waffen zu kaufen. Aber da gibt es eben völkerrechtliche und juristische Bedenken. Wie steht es denn um die Einigkeit der Unterstützerländer? Sie sind ja vor Ort. Also zuletzt hatte man zumindest aus der Ferne den Eindruck, die Ukraine kämpft und der sogenannte Westen streitet. Wie ist es heute? Naja, es ist eine Tradition hier, dass man sich hier immer einig gibt und dass man sich immer einig zeigt. Man will hier nicht mit Streit auseinander gehen. Man will auch gar nicht über den Streit reden. Aber Tatsache ist, dass es natürlich unterschiedliche Linien, unterschiedliche Einschätzungen der vor allen Dingen der europäischen Staaten gibt. Da ist zum Beispiel Deutschland mit seiner Weigerung, den Taurus zu liefern. Da ist zum Beispiel der französische Präsident Macron, der sagt, notfalls müssten Bodentruppen eingesetzt werden. Also intern ist man sich da nicht einig. Aber alle wissen mittlerweile, dass sie eigentlich zusammenarbeiten müssen, wenn sie denn die Ukraine weiter unterstützen wollen und können. Denn das erfordert wirklich eine enorme Anstrengung. Es fordert mehr Waffen, mehr Munition und einfach auch ein stringentes Zusammenarbeiten. Christel Haas war das von dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Rammstein in Rheinland-Pfalz. Vielen Dank für Ihre Einordnungen.